Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit Fanta Banane im Test oder auch nicht. Hier steht Fria Banana drauf und das Logo sieht aus wie Fanta. Fria war einer der beliebtesten oder ist der beliebteste Softdrink auf Curaçao, so ähnlich wie Fanta. Und war früher eigenständig, ist aber glaube ich dann, ist, nee, ist definitiv aktuell von Coca-Cola. Die haben das, glaube ich, übernommen und deswegen haben sie Fria in ein Fanta-Design gepackt. Also das Logo sieht verdammt nach Fanta aus. Man denkt sich auf den ersten Blick, meine Güte, was eine dreiste Fanta-Kopie. Aber nix da, es ist Fria und ich weiß jetzt auch nicht, ob die Rezeptur genauso schmeckt wie Fanta Banane. Die gibt es nämlich auch irgendwo auf der Welt, die werde ich auch mal probieren. Ich habe mir gedacht, sieht aus wie Fanta, ist aus dem Coca-Cola-Konzern hier offiziell von Bon Air und auf Curaçao gibt es das Ganze und das finde ich so besonders, dass ich das jetzt mit euch testen werde. Und wisst ihr, was besonders ist? Hier werden keine Kompromisse gemacht, was das Thema Zucker angeht. Ich fühle mich in den 90ern zurückversetzt. Die Flasche hat so eine amerikanische Größe 591 Milliliter und ihr werdet nicht glauben, ich mache sehr was seltener als Junkfood-Kurin, aber ich sage euch mal wirklich, wie viel Zucker hier in der ganzen Flasche drin ist. Da haut es einen um. Wie gesagt, ich werde auch nicht die ganze Flasche trinken, sondern nur probieren. 68 Gramm auf, ne, da seht ihr es wirklich. Hier macht man sich keine Gedanken um Zucker und Co. Ja, ich bin mal gespannt, wie sehr die nach Banane schmeckt. Ich habe hinten schon drauf geguckt, Banane ist, glaube ich, gar nicht drin, aber wird wahrscheinlich dann mit einem schönen Bananengeschmack ergänzt sein. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, sieht auch aus. Ja, ich habe auch schon mal eine Pfand der Banane gesehen, die sah genauso aus und ich werde das Ganze jetzt mal gleich im Becher kippen und für euch probieren. Oder sollte ich lieber aus der Flasche trinken, was meint ihr? Aus der Flasche. Okay, ich manchmal klappt das mit der Gedanken, wenn wir tragen, dann mache ich es jetzt aus der Flasche. Da ich hier wieder mit ruhiger Hand filme aus meinem Hotelzimmer hier auf Curaçao, musste ich den Deckel einmal offscreen aufmachen. Und es riecht, ja, es riecht nach Bananen, ich probiere es jetzt einfach mal. Schmeckt süß. Ah, wie hätte ich das gedacht? Erfrischend. Und so ein bisschen, als hätte man die Haribo-Bananen in Wasser aufgelöst. Geht so in die Richtung. Schmeckt erstaunlich. Auf dem ersten Schluck wenig nach Bananen, aber dann kommt der Bananengeschmack durch. Also der künstliche Bananengeschmack. Es ist schon krass. Und das Verrückte ist, es schmeckt gar nicht so extrem. Obwohl so viel Zucker drin ist, schmeckt es süß. Aber es hat gar nicht so einen extremen Geschmack, wie man erwarten würde. Wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt Fantamango mit dem Gehalt an Zucker trinken, dann würde ich hier durch die Decke gehen, weil der Geschmack wahrscheinlich explodieren würde. Hier ist der Geschmack eher gedämpft. Also eine ganz leichte Bananen. Also deswegen frage ich mich, eigentlich muss da gar nicht so viel Zucker rein, weil für den Geschmack trägt es hier irgendwie nicht viel dabei. Das wundert mich total. Also ein bisschen, also meine Geschmacksnerven trifft es nicht, meine europäischen Geschmacksnerven. Aber es ist ja auch nicht für mich gemacht, sondern hier für die Karibik. Und da trifft es dir Geschmacksnerven, denn da ist Fria sehr erfolgreich. Auf meiner persönlichen Geschmacksskala, von der Skala von 1 bis 10, kommt das von mir. Ja, ich probiere mal. Hat schon irgendwie was. Aber das ist irgendwie geil. Also meine europäische Geschmacksskala sagt 5 Punkte. Muss man nicht probiert haben. Aber macht es ruhig mal, vielleicht trifft es ja euren Geschmack. Und ja, hier oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Dann wisst ihr, was ihr irgendwo verpasst auf der Welt oder eben auch nicht. Es gibt noch ein Gefängnis von Fria mit einer ganz verrückten Geschmacksrichtung, die heißt Colita. Das würde ich euch ganz gerne vorstellen, wenn ihr das sehen wollt. Schreibt es in die Kommentare. Bitte schreibt es in die Kommentare, ich würde es so gerne vorstellen. Schreibt mal Fria Colita, lieber Guru, in die Kommentare. Würde mich freuen. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Das war das erste Video aus meinem Urlaub. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zwei, die erste Mal. Vielen Dank.